Digitalisierung bedeutet für mich erstmal neue Fragen. Neue Fragen mit Blick auf Arbeitsmarktorientierung, neue Fragen mit Blick auf Lehre. Wir haben noch viele neue Möglichkeiten. Neue Fragen, wie wir überhaupt unser Hochschulsystem strukturieren. Neue Fragen mit Blick auf die Leistungsbewertung. Das sind alles ganz, ganz neue Fragen, die sich stellen. Digitalisierung bedeutet gleichzeitig für mich neue Antworten. Neue Antworten dahingehend, dass wir durch digitale Werkzeuge viele, viele neue Dinge tun können. Es wäre fahrlässig, das zu vernachlässigen. Und gleichzeitig auch neue Antworten, weil sich einfach die Welt ändert und entsprechend sich natürlich auch das Studium ändern muss. Da müssen wir neue Antworten finden.